Was möchten dir die Energien sagen? Welche Botschaft haben sie für dich? Auf was kannst du dich freuen? Auf was kannst du dich vorbereiten? Da schauen wir jetzt mal nach. Was denn da so ein bisschen der Schwingung auf dem Weg zu dir ist, was da genau los ist? Wir greifen die Energie vom Jetzt und die präsenteste Energie. Und ihr wisst ja, es ist eine Legung fürs Kollektiv und auch von der Zeit. Es muss nicht alles heute sein, aber es ist das, was von der Energie zu dir kommen möchte und wo du vielleicht selber noch ein bisschen mitwirken kannst für dich selbst. Da schauen wir jetzt mal nach. Ein ganz herzlich liebes Hallo. Ich schicke euch ganz viel positive Energie, ganz viel glückliche Gefühle und eine ganz liebe Umarmung. Wir schauen nach. Die Botschaft für dich. Was möchten dir die Energien sagen? So, also. Da schaut es schon mal danach aus, dass du aktuell oder was jetzt so von der Schwingung her zu sehen ist, dass du ziemlich stark in deine Gedanken hängst oder in diesen Moment reinkommst, kurz davor bist oder so von der Energie, dass du sehr viel nachdenkst, dass du sehr viel in diesen Sorgen auch lebst, Sorgen, was das Finanzielle betrifft. Du sagst für dich selber, hey, ich will mehr. Nicht nur, was das Finanzielle betrifft. Im Allgemeinen habe ich das für dich. Deine Gedanken, dass du sagst, okay, eigentlich will ich mehr, aber für dich, das wird sich nichts tun. Ich weiß es, dass du vielleicht auch an den Punkt kommst, wo du sagst, hey, habe ich nicht verdient. Nein, ich bin es vielleicht nicht wert oder kommt eh nichts mehr. So in dieser Linie habe ich dich hier liegen. Und da ist es auch so, du magst dir sehr, sehr viele Gedanken, aber schaut euch das bitte mal an. Das ist nichts, was sich hier nicht lösen lässt. Du bist unsicher. Kann auch sein, dass du in die Unsicherheit kommst, dass du irgendwas hörst, mitbekommst, was dich verunsichert, ob du überhaupt nochmal das Glück greifen kannst. Sag ich dir hier aus dieser Erlegung, das Glück kannst du definitiv greifen. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. Du hast das doppelte Glück bei dir, weil die neu beginnen. Da ist gerade so ein Moment, wo du dann kurz ins Schwanken kommst, weil du sagst, es geht, verlangsamt sich alles gerade sehr. Es ist zäh, es geht nicht voran. Ich bin ausgelaugt, ich habe die Energie nicht. Da, das ist der Moment, der kurz davor steht, der kann kommen. Da heißt es aber, kommen diese Schwingungen, diese Energie nicht rein, denn die braucht es auf gar keinen Fall. Ich habe alles an Glück bei dir liegen, vor allem den Neubeginn. Du sagst, für dich vielleicht selber, du hörst, irgendwas bekommst du mit, auch in der Kommunikation mit dir selbst, weil ich dich gerade von der Energie ein bisschen sehr stark drin hängen habe, dass du sagst, okay, ich werde hier irgendwie überhaupt nicht verstanden. Deine Vergangenheit, auch irgendwas holst du hier immer wieder her aus deiner Vergangenheit. Du sagst dir selber, das hat so lange schon gedauert und irgendwie tut sich nichts, es kommt nichts, wir haben hier keine Bewegung, es kommt nichts rein. Und da sage ich dir von der Energie, das braucht es definitiv nicht, denn ich habe für dich komplett den Erfolg bei dir liegen, das Weiterkommen, gerade auch was die Liebe betrifft. So, und dann heißt es auch, ich habe eine Veränderung für dich in deinem häuslichen Bereich, also in deiner kompletten Nähe für dich selbst. So, und was haben wir jetzt noch geballt mit dazu? Deinen Herzensmenschen. Da sage ich mal, ich glaube, du nimmst Energien, also was ich jetzt hier sehe, du nimmst Energien sehr stark von draußen wahr. Kommunikation, es kann wirklich sein, dass du hier, ja, dass du einen Anruf bekommst oder Gespräche auf der Arbeit, egal wo, alles was Kommunikation betrifft, dass hier gerade ein bisschen ein Rücklauf ist, dass Missverständnisse sind, dass du, ja, da ist so ein Termin, da achte auch ein bisschen drauf, ich habe einen Termin, dass der kurz davor steht, dass du ihn vielleicht übersiehst oder einen falschen Tag eingetragen hast, weil ich da so ein bisschen das Missverständnis an einem Termin drin stehen habe. Also auch wenn Termine, wichtige Termine anstehen, vielleicht vorher nochmal einen kurzen Check-up, ob der Termin wirklich an diesem Tag um diese Uhrzeit ist. Oder dass du selber auch sagst, oh, habe ich meine ganzen Termin alle eingetragen, weil ich ja einen Termin so ein bisschen nämlich im Verlust liegen habe. Und da brauchst du aber für dich selber nicht in die Unsicherheit kommen, sondern komm mehr wieder in deine Stabilität. Es kann auch sein, hier beruflich, allgemein im Draußen, dass dir ziemlich viel Druck ausgeübt wird. Du musst das, du musst hier, du musst dort. Und du sagst dir einfach, boah, du bist, normalerweise bist du so, du wuppst das alles. Du hast das alles komplett hier auf Kurs und kannst logistisch alles hier komplett super regeln. Aber da ist ein Moment, wo du sagst, boah, irgendwie, ich kann gerade nicht. Es ist alles irgendwie so viel. Wo du dich selber für dich selbst ärgerst, weil du sagst, hey, was soll denn das? Da machst du dir nämlich, baust du ein bisschen Druck sehr stark für dich selber auf. Bei dieser Erlegung heißt es auch, bitte schau hier mal ein bisschen mehr drauf. Ja, weil ich habe dieses Plötzliche, dieses Unachtsame, möchte ich jetzt gerne mal vorsichtig ausdrücken, dass du ein bisschen mehr auf deine Gesundheit mit achtest. Weil ich hier so ein bisschen, ja, ich sag mal, Schnupfen, Erkältungsgefahr, sowas in der Richtung, rauscht mir hier ein kleines bisschen rein, weil ich dich hier so ziemlich stark von deinem Immunsystem ziemlich angeschlagen liegen habe. Also da ein kleines bisschen, ja, dass du sagst, okay, zieh jetzt mal doch vielleicht eine Jacke hier mehr an oder schau da auch mal ein bisschen drauf oder in der Nacht, wenn du schläfst, dass du vielleicht das Fenster zumachst oder irgendwie. Du weißt selber, was du dann am besten für dich tun kannst. Aber hier ganz wichtig, bitte vertraue dir selbst. Und hier heißt es auch von anderen Personen, dass du bitte nicht zu viel vertraust. Weil dieses Vertrauen habe ich hier gerade ein bisschen, und dass das ziemlich wie ausgenutzt oder gebraucht wird. Ja, aber einfach dieses, du bist gerade an einem Punkt, das ist wie ein Wendepunkt nämlich für dich. Der Wendepunkt, wo du sagst, hey, möchte ich hier in diese Richtung oder rutsche ich jetzt hier in dieses Tief hier gerade, in dieses Zehe so ein bisschen rein. Und da besteht die Gefahr, Gefahr hört sich schrecklich an, ich weiß, aber so ein bisschen, dass deine Gutmütigkeit oder deine Unsicherheit gerade, so ein bisschen gekrallt wird und da aber mit deinem Vertrauen gespielt wird. Und das darf nicht sein, das soll auch nicht sein. Aber ich sehe schon, dass du hier ziemlich gut den Switch hier wieder reinbekommst, den Wandel. Denn das, was du nämlich spürst, wo du gerade irgendwie komplett dazwischen stehst, da geht es dir übrigens genauso wie deinem Herzensmenschen. Das ist der Wandel für die Liebe, für die richtig starke, tiefe Liebe. Denn hier möchte eine Entwicklung nämlich entstehen. Dein Herzensmensch hat auch den Wandel komplett in seinen Gedanken, vor allem im Herzen. Er spürt ihn auch. Und da ist es so, von den Energien, dass du diesen Wandel auch sehr stark von, also Energien allgemein von außen mitnimmst, aber eben auch von deinem Herzensmenschen. Weil dein Herzensmenschen, den habe ich, komplett in der Veränderung liegen. Er, er oder sie ist komplett in der Veränderung und hat die Lösung. Die Lösung ist für ihn die Liebe, die Verbindung zu dir. Da haben wir auch ein bisschen, wir haben ja alles gerade ein bisschen zäh, langsamere Bewegungen hier liegen. Aber ich habe die Verbindung zwischen euch beiden, besteht energetisch definitiv, sehr intensiv. Und er macht sich genauso die Gedanken wie du. Du sagst dir, nee, da kommt sowieso nichts mehr. Da tut sich nichts mehr. Dass du an diesen Punkt hier auch rankommst, wo du sagst, das hat so lange gedauert. Nein, da weiß ich, da kommt nichts mehr. Da bitte geh ins Vertrauen zu dir selbst. Fokussiere dich wieder mehr auf dich. Denn dein Herzensmensch, der ist von der Lösung her in der Kommunikation, in der Veränderung zu dir. Das ist das, was hier deutlich auf dem Weg zu dir ist. Deine Wünsche werden in Erfüllung gehen. Ich habe die Wunscherfüllung bei dir. Ich habe die komplette Wende, den Wandel. Und dein Herzensmensch wird auch dir gegenüber eine Veränderung haben. Die Veränderung wird hier deutlich von deinem Herzensmenschen gezeigt. Dein Herzensmensch wirst du, wenn ihr wieder Kontakt habt oder auch wenn ihr jetzt schon Kontakt habt und der zäh ist und immer wieder dieser Rückzug und ah, ne? Wirst du aber merken, Stück für Stück, in kleinen Schritten, in Babysteps, wirst du aber merken, dass ihr eine wundervolle Verwandlung habt. Denn er wird in diese Leichtigkeit dir gegenüber gehen. Und diese Veränderung ist auch was Neues für dich. Denn ein Herzensmensch wird sich auch dir von einer anderen Seite, einer weichen Seite zeigen und mehr offen sein. Offener für die Liebe, für die Verbindung für euch beide. Eher zu dir. Weil hier ist alles auf Kurs von der Liebe, von der Veränderung und vom Wandel. Verträge sehe ich ja auch liegen. Verträge für dich selbst. Da sage ich, atme jetzt hier bitte auch nochmal ein bisschen durch. Der richtige Vertrag, sei es die Arbeit oder sei es irgendein Abschluss für irgendwas, dass du irgendwas anschaffen möchtest, liegt hier wirklich sehr, sehr gut da. Nur nicht jetzt. Also wenn es nicht heute, morgen ist, also wie gesagt Zeit, ne? Du wirst es aber spüren. Da heißt es, geh noch ein bisschen auf Sparflamme und konzentriere dich mehr auf dich. Das ist von der Energie hier ganz, ganz wichtig für dich. Hier heißt es auch, dass du nichts Überstürztes unterschreibst, sei es eine Reise, egal ob das nur ein Ausflug, also eine Kurzreise ist oder doch was Längeres, ne? Vielleicht eine Auslandsreise oder sowas, Urlaubsreise. Da heißt es auch, jetzt noch nicht, bitte noch ein bisschen zögerlich sein. Das Glück hast du, du wirst das Richtige finden. Du machst dir dann selber zu viel Druck, ich muss jetzt, sonst ist der vielleicht weg, das Hotelzimmer oder wie auch immer. Nein, ist das nicht. Aber egal, was das betrifft, was hier Unterschriften betrifft, Anschaffungen, was größere Beträge auch betrifft, bitte jetzt noch nicht. Also da macht dir keinen Druck. Weil das ist das, ganz, ganz wichtig. Du wirst das Richtige auch noch bekommen, wenn du es jetzt nicht unterschreibst. Und Vertrag habe ich auch die Unterschrift liegen, aber jetzt aktuell, wie gesagt, gib dem ganzen Zeit, lass dir keinen Druck machen. Und dein Herzensmensch kommt auch. Ich habe es hier gerade alles so ein bisschen, wenn es sich für dich anfühlt, rückläufig ist es aber nicht, dieses Rückläufige. Es ist das, es ist wie die Ruhe vor dem Sturm. Es ist jetzt langsamer und langsam die Bewegung. Nutze diese langsame Bewegung, mehr wieder zu dir selber zu kommen. In deine Stabilität, in diese Ausgeglichenheit, wieder mehr in die Verbindung für dich. Vor allem die Ruhe, du wirst alles sortieren. Und das wird auch gebraucht, weil hier gibt es nämlich dann den Neustart, also wie eine Fontäne kommt das dann auch, dann kann das nämlich auch alles ganz schnell gehen. Dann wirklich von einem Tag auf den anderen kommt ja alles, wusch, ganz geballt nehme ich ja auf dich zu, im Positiven, voller Liebe, voller Glück. Und das ist wirklich was traumhaft Schönes. Also von daher, zieh dir das Positive raus, wenn jetzt alles ein bisschen langsamer verläuft, aber verschließ dich nicht zu dir selbst. Hier, kriech nicht in dein Schneckenhaus zurück und verschanz dich da und mach alle Schießladen. Entschuldigung, alle Jalousien runter, wollte ich sagen, die Schießladen. Gott! Nein, die haben keine Schießladen. Oh, meine Lieben, denn das ist das, was dir wirklich ganz wichtig ist. Auch wenn es langsam geht, nutze es. Sag dir, hey, alles klar, die Ruhe vor dem Sturm, vor dem positiven Sturm. Weil hier kommt Liebe wirklich in der Lawine auf dich zu. Und dein Herzensmensch wird dir die Lawinenliebe nämlich komplett hier auch geben. Und da habe ich die Beständigkeit drin liegen. Komplett. Wandel, Neubeginn, Veränderung. Und die Kommunikation, auch wenn jetzt hier nichts ist, wenn du sagst, boah, jetzt hat er mir am Freitag, am Samstag noch geschrieben. Jetzt kommt gar nichts mehr. Lass ihn durchatmen und atme du selber auch durch. Denn die Nachricht kommt. Die Nachricht ist in seinen Gedanken, die ist auf dem Weg. Die ist aktiviert, die Nachricht. Ich habe hier keinen Stopp von der Nachricht. Es ist nur kurz ein bisschen zäh. Wir haben hier ein bisschen Kaugummi und eine Schnecke und der Baltrian-Einfluss. Na? Hupala. Was haben wir denn noch? Also, meine Lieben, wir haben die Raupe. Die Raupe. Positive Entwicklung. Positive Entwicklung. Was für eine grandios tolle Karte. Doppeltes Glück, Neubeginn, Veränderung, Wandel, Heilung. Positive Veränderung von einer Person in deine Richtung. Positive Entwicklung. Und für dich die positive Entwicklung im Allgemeinen. Also, es ist wirklich grandios toll. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, grandios tollen Tag. Restlichen Tag, je nachdem, wann du das Video anschaust. Fühlt euch ganz herzlich, Lieben, umarmt. Tschüss.